Klinik aber abhanden die Kommissar nur in München wird das wird wohl als etwas durchgelaufen ja ich brauche nur ein bisschen wir schauen auf der Kamera zu beschadet das bei Kenzern ich bin extra nicht durchgelaufen das wäre auch nicht durchgekommen ja das ist sie ist das so was geht ab hier er weiß nicht Prozent wohl einfach was so und wenn sie wieder einmal okay Warte Warte Warten ein Kind wenn man schauen wollen uns das führt was okay das führt uns gar nicht weit immer was Neues heute Warte 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 bei mir kommt auch was ja na davon hast du aber leider gar nichts warte ich bin jetzt noch nein 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 ich hab Idee ja ah ich auch oder hab ich ne Idee probier's einfach mal nein das hab ich auch schon probiert das bringt gar nichts das bringt was pass mal auf ja bin ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund hier und was bringt uns das muss irgendwie und dann so und dann in your face und probier mal Warte 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 ich hab's total einfach man nein das bringt uns noch weniger ja das alte Portal war besser kannst du mal nochmal zurückkommen vertraust du mir jetzt wieder mal ja muss ja setz nochmal wieder da drüben in das Portal ja und jetzt komm mit jetzt will ich das mich hier muss ich mir erstmal umschauen dafür ok ja genau nein dann passt schon Gott ich hab grad ein Portal geschossen ja aber nicht dass es passt durch was sagst du vor da durch ja nein durch das andere und jetzt dann da weg ja zu mir das andere Portal das gelbe oder das was halt eben ok jetzt lass mich vorgehen danach springst du nach ja oder warte 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 ach quatsch easy going ich bin schon bin ich da ja und jetzt sind deine Portale wieder weg doch scheißegal wir müssen überhaupt hin oh da oben hin oh 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 jetzt hätte ich nämlich warte 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 da eins hin jetzt müssen wir mit deiner Hilfe nur irgendwie da runter kommen das hat sicher was mit dem Ding zu tun und vielleicht mit dem Ding ja so super so machen wir dat ok jetzt lauf schon mal durch mach ich bin gerade verschlüsseln mal nizzle dabei so 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 und jetzt setzt du dein rotes hier hin und ich spring wieder zuerst durch weil es bringt mich nichts ne ich spring da ach ja upsie scheiße oh neiii hab ich dir schon mal gesagt dass du ein Idiot bist ja heute schon fünfmal ja ups upsie daisy dürfen wir nochmal auf dem vorne anfangen he uah kannst du das nicht alleine machen so das ist auch Koop Modus weißt du weil ich es alleine machen soll ging mal alleine hin ich weiß nur noch nicht so was ich nein 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 kannst du mir das Portal da hinsetzen vielleicht kriege ich es ja doch alleine hin ja wir machen das jetzt ja also zumindest von deiner Position aus ok jetzt bist du da ja 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 das wird das wird da hin ja äh rot ich bin voll einfach voll einfach voll einfach wir hätten es uns viel einfacher machen können ne alles kompliziert machen du bist hinter Glas hehehe du bist hinter Glas hehehe du bist hinter Glas hehehe hehehe oh ach aha oh 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 ich glaub das wird so nix das ist ja die haben halt nicht die richtigen Daten um uns vernünftig ja oder die richtigen Farben genau es war nicht so gut für IT Style hier ausdrücken zu müssen wir müssen mal wieder Alien Swarm spielen auf jeden Alter das wär geil so richtig Alien Style aha ein Notis to Torrents ja ja Hammer super er Krsch ja ja f Jasper ma f innovat ma arte lö Eso Winkel? Oh Gott, irgendwie bin ich heute ein bisschen langsam im Kopf. Nur leicht. Ähm, da, machen wir da jetzt. Au, au, au! Ach, vielleicht ohne, dass du dich umbringst. Ich finde nicht, dass das eine Option in diesem Spiel ist. Warte mal, nein, vergiss es, ich muss erst mal ein anderes. Mach du erst mal die Brücke, dass die wieder versperren. Und dann kannst du durch meine laufen. Wir müssen uns natürlich merken. So, jetzt machst du da eines. Meine rotes, meine rotes, meine rotes. Yeah, wir sind so ultimative safe. Ja, ich hatte genug Zeit über deinem Fail erst mal hier nachzuschauen. Musst aufhören in der Vergangenheit zu leben. Ich kann es jetzt nicht mehr so gut sein! You know what makes me laugh? The thought of you cutting that out. Wie war es? sehr ist es knapp um scheiße geschützt ich will darauf war kann jetzt übrigens keins meiner portal auflösen das wird uns in den tod stürzt nein eigentlich nicht sicher ja ganz sicher 100 pro er stimmt da hat er recht ich glaube die wollen mit ihr knutschen oder sowas stehen auf dich hallo ich denke mir hier und willkommen bei der kärz nicht so gut ich denke nicht nach was ich mache habe ich das schon mal erwähnt du denkst nicht nach hab ich ja das gefühl da kannst du irgendwas machen nur was bringt uns das aber warte mal hier kannst du auch noch was machen oh warte wir hätten vielleicht auf die andere seite des portals gewusst oder nein 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 warte 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 ganz einfach ganz einfach den schritt zur Seite Petty ich bin nicht fertig aber schwere Bauteile er kann sich vielleicht noch so hinstellen dass er die Knopf drücken können leider nicht zu hören hier das erfordert jetzt das erfordert jetzt einen mutigen wahnsinnig ganz immer kurz dann portal weg machen und dann gleich wieder hinbauen sobald ich zukommen Prozent ja sicher ja okay are you ready auf jeden fall drei zwei eins meint weg was was die die ich komme ich komme ich komme ich komme ich meine was für einen intelligenten Forschungspartner ich doch nur habe und wir werden wieder verschickt und irgendwo wieder zusammengebracht Weißt du was ich glaube? Was denn? Jetzt mal ganz im Ernst GLaDOS ist ja da sind wir uns beide einig relativ raffiniert ja ich glaube ja werden auseinander gebaut und dass das dann nicht dieselben Roboter sind in der nächsten Testkammer Überleg mal was für einen Grund hätte sonst dass die Viecher demontiert werden Leichterer Transport Ja aber Ja vielleicht weißt du ich meine außer der Kern Außer der Kern Der Kern ist vielleicht immer derselbe weißt du Weil der wird ja anders transportiert Und die anderen Teile werden wegen Abnutzung immer wieder erneuert weißt du Oh oh das klingt also das klingt also das ist ja Gut ich weiß nicht was uns das jetzt bringt Was ist das eigentlich so für ein Gefühl wenn man das gesamte Team in den Tod stürzt? Ein sehr gutes Weiß wie der Typ bei Matrix sich gefühlt hat Was sagst du nochmal? Kamellen ähh Was Kamellen? Kamellen H-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Klickst-doh Kichst-doh 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 Du bist klein und fett du kommst da gar nicht rüber Ha ich hab gewonnen Nimmuader wieder nicht mit stimmt warte warte du baust jetzt ich hab ne idee ein portal da ein portal da so dass wir nicht gleich in die luft fliegen wir laufen durch und dann mach ich sofort lauf schon mal vor und ich mach gleich ich schütz dich gleich ja weiter lauf auf nicht so gute idee so wir sind geschützt ich sprinte durch ich sprinte durch ach so ja kriegst das hin ich liebe die Gefahr ich hab sie verwirrt ok 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 ne ich hab sie verwirrt so so weit so gut ja super ja genau weitere idee du springst setzt eins da wo da wo das Auge ist ja ja und eins logischerweise da ich krieg zu viel hier also manchmal frage ich mich ist man so tut es weh so blöd zu sein ey was heißt dir blöd man ich hab nen regulären Job man ich war heute um 6 Uhr vorbei ich auch halt doch die Fresse ich hasse dich ich kann's ja nur kurzzeitig wegmachen weißt du weil sonst tut sie mir weh ja los jetzt ja erstmal machst du deine Portale damit du nicht gegen die Wand läufst achja wäre ne Maßnahme sagst du warte ich will's cool machen ok geht war das cool so jetzt bitte ohne dass du irgendwie das vorgehen ich hab ihn ist in meiner Gewalt ich kann ihn nicht töten er ist klein und niedlich töte ihn töte ihn ey nein nein das ist du 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 dein Sadist du hast hier am ersten neben der ersten Kamer da hast du auch die ersten nicht grad zimperlich verbrannt ich erinnere mich an nichts aber ich an alles ja genau das bringt dir auch ganz so viel was du machst das bringt noch viel weniger so was habe ich jetzt davon ah ok ich hab da was ja ganz easy dahin dahin richtig darfst natürlich von dem Ding nicht runtergehen ne äh hab's so was bringt das wenn ich hier drauf drücke aha da kommt ein Kubus wow ich hab ne andere Idee darf ich weitermachen ja du gehst wieder weg krass ich drauf krass 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 Vielen Dank.